Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man den Sturmrabengebirgsjäger freischalten kann und das ist wieder einmal ziemlich easy. Ihr müsst auf die Befehle gehen ganz nach unten und jeden Dienstag bis zum 28. August könnt ihr jetzt diese Challenges annehmen. Das heisst jetzt gibt es noch zwei, nächsten Dienstag und übernächsten Dienstag. Aber ich mache immer wieder ein bisschen ein Update Video wie man sie freischalten kann und was man dafür machen muss. Bei dieser neuen Challenge hier ist es 75 Kills, also diese Seestern Zombies, die so Seesterne und alles an sich haben. Die muss man killen, das heisst 75 von denen mit Falle töten. Das ist ziemlich behindert eigentlich und es macht so etwas von keine Laune da die ganze Zeit rumrennen. Und genau diese Zombies töten. Ich habe da ein Gameplay aufgenommen, ihr könnt da ein bisschen weiterschauen. Ich haue noch ein bisschen Musik rein. Ganz am Schluss zeige ich den Charakter noch, den könnt ihr natürlich auch noch anschauen. Am besten nach vorne spuren oder keine Ahnung, wenn ihr den gleich sehen wollt. Das ist ganz am Ende der Charakter. Und ja Leute, eigentlich für meine Abwesenheit in letzter Zeit hat es eigentlich einen guten Grund. Daher die neuen Maps ja eigentlich schon wieder alt sind und es gibt irgendwie nichts Neues. Kann man ja auch nicht irgendeinen Schrott hochladen oder irgendetwas, dass man einfach etwas hochgeladen hat. So möchte ich das nicht, dann will ich lieber wieder so etwas, so Challenges oder so irgendetwas hochladen. Nächsten Tage kommt auch das 25 Runden ohne Downs. Das auf Prolog habe ich auch noch geschafft. Das lade ich dann auch noch hoch. Und Showcase, also ich zeige noch alle Charakters, die es im Spiel gibt. Ausser die letzten zwei. Die muss man ja nächsten Dienstag und übernächsten Dienstag gibt es ja die. Dann mache ich einfach die noch rein dann. Und dann zeige ich dann alle 32 Charakters. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut es noch bis zum Ende an. Und man hört sich im neuen Video wieder. Abonnieren nicht vergessen. Und einen Daumen nach oben da. Leute, mir gefällt es. Und Tschüss. 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 Tschüss.